Dann haben wir Dogecoin, den wir noch analysieren wollten. Ihr wisst, das ist ein Meme-Coin, ich bin da absolut kein Fan von, wobei Dogecoin natürlich einfach auch irgendwo so ein etablierter Meme-Coin ist, der tatsächlich auch bei McDonalds oder Burger King, ich weiß es gar nicht, wo in den USA auch schon als Zahlungsmittel zugelassen worden ist und wer weiß, wohin Elon Musk das Ganze noch schießt. Also da nochmal klar gesagt, ich investiere nicht in Dogecoin, ich trade ihn auch nicht. Aber ja, das ist natürlich eine Möglichkeit und wenn wir das einfach mal als Asset, als solches betrachten, als ganz normales Projekt, was wir wie sonst auch analysieren, so können wir da trotzdem mit der Chart-Analyse natürlich reinschauen. Das hier ist so der letzte Bereich. Wir haben hier eine ganz klare Range, in der er sich jetzt seit über einem Jahr, also gut anderthalb Jahren, fast zwei Jahre jetzt schon befindet hier und dass er final mit diesem Pump das tatsächlich vielleicht endlich mal verlassen könnte. Also sollte er so langsam, also es wäre wirklich wünschenswert, dass er hier jetzt nicht nochmal abprallt und hier nicht nochmal so weitermacht, sondern da jetzt wirklich langsam rauskommt mit dieser finalen Bewegung und entsprechend den höheren Bereich hier auch anläuft. Also C-Level hat er kurzfristig tatsächlich dann erstmal bei 15 bis 17 Cent Spitze, also zumindest noch so eine Verdopplung vom jetzigen Stand aus und das können wir tatsächlich kurzfristig vor dem Halving oder bis zum Halving auf jeden Fall noch sehen. Sichere dir einen 10$ Cashback-Voucher für deinen ersten Trade auf CoinEx. Spare zusätzlich dein Leben lang Gebühren mit dem Link in der Videobeschreibung. Long-Term-Analyse, ich wie gesagt glaube nicht, dass Dogecoin das All-Time-High nochmal knacken wird, aber wenn wir es wie gesagt einfach als ganz normales Asset in Form der Chart-Analyse betrachten und vom Low bis zum All-Time-High bis zum jetzigen Low wieder ausgehen, dann sind die C-Level tatsächlich hier oben bei 1,24 bis 1,53, also dass er tatsächlich über 1 Dollar diesmal rüberkommen könnte, das haben wir hier schon alle gehofft und auch vermutet. Aber ja, dann kam natürlich die Quittung und das ist tatsächlich im Bereich des Möglichen. Wer weiß, wo Dogecoin tatsächlich dann in dem Sinne noch hingetrieben wird. Also wenn er wirklich generell auf der ganzen Welt irgendwo als Zahlungsmittel betrachtet wird, den mal Elon Musk dahinter, und wenn die Meme-Community im Bullrun sowieso wieder zuschlägt und sich keinen neuen Meme-Coin wie irgendwie Pepe oder sowas dann sucht, ja klar, das richtet sich so oder so, egal was das für ein Projekt ist, immer nach Angebot und Nachfrage und wenn alle sagen Dogecoin ist geiler als jetzt irgendwelche AI-Projekte oder keine Ahnung was, dann ist das so, dann fliegt da das gesamte Geld rein und dann sehen wir auch solche Preise. Es ist im Rahmen des Möglichen, ich werde trotzdem hier nicht investieren. Für mich gibt es einfach logischerweise interessantere Projekte. Das aber einfach zur Analyse von Dogecoin.